Na natürlich, unser Team ist stimmungsmäßig super, wir verstehen uns super und es macht halt super Spaß, hier jeden Morgen reinzukommen. Dann kommt der Dr. Schmidt und hat jeden Morgen gute Laune, wo man sich fragt, wo hat er die her? Aber ja, das ist das Schöne an dem Job.